Naja, ich guck mal jetzt hier... Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glatsche gerade ringsrum so ein bisschen. Hm. Ich sehe ja diese Tatte aber... Hier sind aber auch keine Bären weiter, die killen muss. Ne, ne, da kommt dann meistens auch keine mehr. Back to Addissers Camp. Na ja, vielleicht muss ich nochmal neu laden, da wird Verbacktes. Das kann natürlich auch sein. Ich stehe jetzt ja eigentlich direkt da, aber... Das ist ja auch da. Achso, ne, hä? Ach, ich muss erst diese Addissers finden, oder was? Hm, da wo du ihn gefunden hast, ist da auch, äh... Diesen Blaulei. Genau. Ach, da muss ich erst mal hin. Das ist so eine Rocco-Mation in der Nähe. Ja, ja. Und da... Könnte sein, dass Addissers da noch ist. Ich musste da erst hin. Ich gehe ja zum Ruppe? Hm? Ja. Also fast wir machen. Nö. Da bricht ja die Quest ab. Achso, okay, dann... Ja. Ja, Multiplayer. Ich kann noch nicht weiterhin machen. Ähm, Multiplayer ist aber total verpackt. Also... Ja. Ja. Hör es auf. Ähm... Ich war ja eigentlich ganz tief weit unten in der Erde. Ja. Als ich mir ja wieder oft denselben Zeug drauf war, war ich erstmal oben in der Oberfläche ein bisschen unvoranlass. Dann... Okay. Dann wollte ich jetzt mit dem... Auto, das ich hatte, würde ich jetzt zunächst Siedlung fahren. Ja. Einige kommen. Leck kurz. Stehe ich wieder da, wo ich vorher gespawnt hab und Auto weg. Ja. Ach du Schalter. Ja. Leck mich doch am Arsch. Ja. Okay. Nee, ist klar. Hätte auch geboten. Nö. Ich meine, ich hätte kein Problem, dass ich wieder da bin. Mit Auto. Weil jetzt nur noch halbwegs okay. Aber ohne? Ja. In letzter Zeit hab ich ja auch nicht viel gemacht. Aber es war eben halt ziemlich viel gebuddelt. Weil du bist ja im Singleplayer ja dreimal so weit weg. Äh, ich bin... Also, ich würde es nicht sagen durch, aber ich bin halt an der Grenze angekommen. Also, ich komme jetzt nicht mehr weiter. Was auch? Ja. Ist ja auch bloß ne Alpha. Ich meine, man muss ja bedenken, da kommt bestimmt neu. Nach und nach, die werden jetzt wahrscheinlich schon... Ich sag mal, die Story, das Konzept steht ja schon, ne? Die werden ja nicht sagen, oh, was machen wir jetzt für ne Quest, ne? Das ist ja... Ich meine, du wusstest völlig am Anfang. Da, wo du jetzt bist... Da hast du, hast du... Ich sag mal, von der großartigen Story noch nicht so viel sehen. Ah. Also. Was? Das... Die tarnten Vieh. Die tarnten Vieh? Ja, der hat ne Pflanze auf dem Kopf. Ja, der hat ne Pflanze auf dem Kopf. Ja. Sehr cool. Hä. Wer ist vorbei gelaufen und dachte, was ist denn das? Aber der King auf der Karte rache das ist irgendein Vieh. macht aber nix und sonst hab's ja bei mir auch nicht viel allzu neu jetzt nicht so viel oder gar nix nur nicht so viel wahrscheinlich wusste noch diese berliner runde hier eigentlich richtet oder so pass auf jetzt hole ich die alle ab und achja wenn du verkartet bist also m drückst ich weiß nicht ob du ihn schon siehst weil mir ist ja erst ein bisschen spät aufgefallen da ist da wenn du richtig weit rauszoomst ist da so ein quadrat längs rum das ist das bis jetzt freigeschaltete drück mal m und zoom mal ganz raus ist da so ein viereck das ist das gebiet was freigeschaltet ist quasi wohin gehen kannst der rest der städte was noch kommt es ist schon da aber noch nicht gefüllt naja noch nicht so abonfone guckst die haben geschrieben das gibt natürlich auch möglichkeiten jetzt schon darüber zu kommen über diese grenze aber wozu da ist nichts außer ein paar bäume und ein paar tiere ist da nichts ja ist ja klar wenn nichts eingefügt wurde jetzt gibt es natürlich bestimmt wieder tausend idioten die da ähm worden wie die blöden und dort eben halt selber irgendwas darstellen alles bringt light a decent said you want to go back to the boat to see she can anything useful out of that who knows what will you do you coming with us dr carter's over there that's great to hear maybe we can go there after we heal up a bit as I say strengthen numbers you know naja und tschüss nein 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 doch 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 das ist halt so eine scheiß große höhle und ich sag mal da am eingang zur höhle wo es erst mal steil bergab geht habe ich halt ein großes vieh abgeknallt das große vieh muss jetzt natürlich der meinung sein es müsste mal runterknallen jetzt muss ich natürlich erstmal gucken was heißt hier step up to base camp äh ist wahrscheinlich da wo der doktor ist ja ja da ist noch takada Oh, bitte.